Wenn es nicht gerade Wahljahr wäre, wie würde sich der private Gerhard Pfister so beschreiben? Ein Mensch, der privat bin ich auch wie in der Politik, ich bin an Menschen interessiert. Ich bin zwar jemand, der sehr gerne allein ist, aber ich bin ein Mensch, der mit offenen Augen durch die Welt geht und sich freut an der Vielfalt der Welt. Ich glaube, das ist etwas, das ich mir immer wieder sage. Ich bin ein glücklicher Mensch. Ich habe das Glück, dass ich in einem wunderschönen Kanton, in einem wunderschöneren Land leben kann. Und dann finde ich, gehe ich gerne mit offenen Augen durch diese schöne Welt. Was bedeutet Ihnen Zug? Zug ist für mich Heimat, Oberägerin natürlich, um genauer zu ziehen. Das ist schon ein bisschen ein Unterschied als Stadtzug. Es ist die Heimat und ich finde, das Faszinierende an dem Kanton ist, dass es so eine ganz gute Verbindung hat von Tradition, Bruchtum und dann doch auf der anderen Seite eine ungeheure Offenheit und Internationalität und Globalität, die dann unten in der Stadt zum Ausdruck kommt. Die Verbindung von Tradition und Modernen, das finde ich, macht den Kanton Zug sehr, sehr spannend. Sie haben auch auf Ihrer Homepage gesagt, dass Sie versuchen, den Wert von Zug auf Bern zu nehmen. Ja. Was sind denn die Wert von Zug? Die Wert von Zug sind das Bewusstsein, dass wir eine gut laufende Wirtschaft brauchen, damit wir einen Wohlstand haben. Aber dass man auch Rücksicht nimmt auf Traditionen, dass man diese auch pflegt. Und der dritte Punkt, dass man Sorge hat zu den Ressourcen. Der Kanton Zug ist in der Raumplanung sehr, sehr gut. Er hat schon früh verstanden, dass wir auch Sorge haben müssen zu unseren Landschaften, zu unserem Landschaftsbild. Und wie wir eigentlich das schnelle Wachstum mit der Rücksicht auf die Landschaft und Natur verbinden können, das ist eigentlich vorbildmässig für die Schweiz. Und auch auf Ihrer Homepage habe ich gelesen, dass Sie gerne lesen. Ja. Warum? Ja, ich habe von Kindsbeinen auf sehr gerne gelesen. Ich lese auch heute noch sehr, sehr viel. Und Literatur ist für mich etwas, wobei im Moment lese ich jetzt auch Sachbücher und Biografien. Aber Literatur und das Lesen bedeuten mir einfach sehr, sehr viel. Weil es gibt immer so neue Welten. Das ist für mich spannend. Welche Biografie liegt auf dem Nachttisch? Im Moment liegt ein Sachbuch auf dem Nachttisch. Das heisst Sozialer Kapitalismus von Paul Collier, der genau beschreibt, wie in der westlichen Gesellschaft der Zusammenhalt bedroht ist und was man dagegen machen muss. Und dann liegt eine Biografie, eine ganz dicke Biografie über den Kardinal Richelieu auf meinem Nachttisch. Das war eine sehr, sehr einflussreiche politische Figur, zur Zeit von Ludwig XIII. und im 30-jährigen Krieg. Und das ist eine faszinierende Person. Und da habe ich sie schon länger mal gekauft und jetzt lese ich eigentlich. Und Sie haben ja auch auf Ihrer Homepage eine Literaturliste. Ja. Wie ist es zu dieser Zeit gekommen und was wollen Sie mit dieser Aussagen? Also, man muss sagen, diese Literaturliste, da geht es mir vielleicht wie Ihnen. Sie machen das jetzt auch schon länger, die ansrollende Welt, und haben noch nicht so viel Beachtung gefunden. Und genauso über die Literaturliste, die habe ich seitdem ich im Nationalrat bin, habe ich auf dieser Homepage immer ein bisschen geschrieben, welche Bücher ich gelesen und welche mir gefallen haben. Das hat früher niemand beachtet. Jetzt wird es ein bisschen mehr angeschaut. Ich finde, es gibt eine Seite von mir, die auch da ist. Und ich finde, wenn man diese Bücher mal anlesen, ja, ich finde, die Lektüre, die ich hier habe, da beschreibe ich etwas, was ich darüber halte. Das sind so Empfehlungen. Die habe ich auch mir zu Gemüter geführt, also drei Bücher. Sehr gut. Die erste ist der Bodo Strauss Herkunft. Ja. Würde ich so nie lesen, wenn ich mich jetzt nicht hätte müssen oder auf sie vorbereiten durfte. Sie Ärmste. Nein, ist das spannend gewesen. Ist das spannend gewesen, weil ich habe viele Teile, aber ich habe mich dann immer so gefragt, er ist ja sehr wehmütig. Also so im Rückblick, aber ob die Wehmut wirklich den Vater hätte wollen. Das ist eine gute Frage. Das ist eine ganz gute Frage. Ich glaube, er beschreibt ja eigentlich seine eigene Herkunft, seine eigene Biografie und vor allem auch sein Verhältnis zum Vater. Was mich bei dem Buch aber immer auch fasziniert hat, ist einerseits die Sprache. Sie ist ein bisschen kompliziert, das muss man zugeben. Ich habe das Hörbuch genommen. Okay, okay. Dann haben sie... Ja, das müsste ich auch mal machen. Mal schauen, wie das klingt. Aber die Sprache von Bodo Strauss fasziniert mich immer sehr. Und das Zweite ist, wie er beschreibt, er beschreibt eigentlich eine Welt, die man heute schon gar nicht mehr kennt. Und das hat mich fasziniert. Es ist ja noch nicht so lange her. Nein, nein. Es ist ja eigentlich sein Vater etwas im Vater. Und wie sich doch die Welt oder Deutschland in dieser Zeit verändert hat, das hat mich sehr fasziniert. Und dann habe ich ihn dann auch von Ian McGowan, bei Knuschalen gelesen. Und ich habe es sehr cool gefunden. Man hat eine ganz neue Art und auch wie der Embryo seine Welt wahrnimmt und auch schon ein Weir-Spezialist ist. Weil seine Mutter natürlich Wein trinkt. Aber auch wenn er gesagt hat, die Welt ist eigentlich schrecklich oder auch rasant bei der Geburt, wo er ja dann das rauf hat, freut er sich eigentlich auf das Chaos. Das war sehr spannend, finde ich. Also natürlich immer ein Roman und so, aber er hat Ansätze, die spannend sind. Ja, ich finde Ian McGowan, finde ich deshalb ein faszinierender Schriftsteller, weil er immer, er nimmt ein gesellschaftliches Thema auf und verpackt es in Anführungsstrich. Verpackt es nachher in eine sehr unterhaltsame und spannende Geschichte, oder? Und bei dieser Geschichte geht es ja darum, dass der Embryo merkt, dass er eigentlich umgebracht wird. Ja, und sein Vater. Ein Mord passiert ist, dass sein Vater umgebracht wird oder werden sollte. Und dass er da versucht, aus dem Mutterlieb das zu verhindern und dagegen zu arbeiten, das ist eine ganz interessante Perspektive. Aber es geht letztendlich natürlich, genau wie Sie richtig sagen, darum, was macht ein Leben aus? Das Leben, das er sieht, oder die Welt, die ihn erwartet, das ist keine schöne. Und er lebt ja schon bevor er geboren wird, sehr viel Hass, aber trotzdem freut er sich, wenn er auf die Welt kommen kann. Das ist irgendwo noch eine gute Pointe. Das ist so und auch bei Rolf Lappert über den Winter, habe ich einfach wieder feststellen, wie er das gut in ein Buch schreiben konnte. Die Wegeweisen, die man im Leben hat. Und sich dann aber gleich auch mit der Vergangenheit auseinandersetzen, aber nicht sich diktieren lassen von der Vergangenheit, sondern als wertschätzend und kritisch anschauen. Es zeigt auch im Roman, dass jeder Mensch, wenn er mal eine Zeit lang auf der Welt war, trägt er einen Rucksack mit sich. Jeder Mensch hat eine Vergangenheit, jeder Mensch hat auch etwas erlebt in seiner Vergangenheit, das nicht nur gut war, er hat Krise durchgemacht. Und wie man mit dieser Beeinträchtigung umgeht, das zeigt er sehr schön. Und ich habe noch Bücher gelesen, aber nicht in zu vielen Literatur-Listen, aber Herr Camus ist, glaube ich, auch jemand, der Sie sehr beeinflusst hat, oder? Ja und nein. Ich glaube, die Existenzialisten, wie Albert Camus oder Sartre, sind eine grosse Herausforderung, weil sie eigentlich sehr pessimistisch über das Leben reden und die Existenz sehr, sehr düster sehen. Und ich habe dann einfach festgestellt, wenn sie dann etwas älter geworden sind und wenn es gegen das Leben das Ende gegangen ist, sind sie dann nicht mehr so düster gewesen. Ich glaube, Camus stellt ganz, ganz radikale Fragen, wie muss man sich entscheiden oder wie entscheidet sich ein Mensch in ganz bestimmten Extremsituationen. Aber es ist mir dann schon etwas zu wenig optimistisch, was dann herauskommt. Obwohl bei der Pest, also bei seinem Buch, hat er ja wirklich Stereotypen. Und trotzdem hat er einen, der in dem ganzen Elend gleich ans Menschlichen glaubt. Ja, das ist ein positives Beispiel. Da haben Sie völlig recht. Ich habe jetzt noch ein anderes Werk gedacht. Aber dort zeigt er natürlich auch, dass ein einzelner Mensch eben die Differenz ausmachen kann. Ja. Dass er sich gegen den ganzen Mainstream und gegen alle anderen stellen kann, indem er sich auf sein Gewissen, auf sein eigenes Gewissen verlässt und dann eben auch etwas Gutes machen kann. Ja, und da hat er gesagt, ich stehe hier und kann nicht anders. Welchen Autor hat Sie denn sonst so geprägt, philosophisch oder so? Mich haben ein paar Philosophen geprägt, weil sie so, also Nietzsche oder Schopenhauer, weil sie auch einen sehr kritischen Blick auf die Welt hatten. Und ich finde, das sind Menschen, die man lesen kann, die man fasziniert ist und die man dann auch mit diskutieren muss. Also ich lese sehr viel, geht man auch in der Politik ein bisschen so. Ich bin eigentlich weniger interessiert an Leuten, die das Gleiche sagen wie ich oder gleich denken wie ich, sondern ein bisschen Reibung, die ein bisschen Widerstand geben, die immer eine andere Meinung haben, weil mit der Auseinandersetzung mit anderen Meinungen lernt man für sich selbst am meisten. Und das heisst nicht, dass man dann immer den anderen nachredet, aber die Diskussion, der gute Streit, das ist etwas, das in der Demokratie unglaublich wichtig ist. Und darum habe ich das auch ein bisschen so in meinem Leben. Ich achte vor allem Leute, die eine andere Meinung haben und die auch begründen und die auch kritisch sind. Ich mag sehr gut, also sehr gerne auch Stoiker. Also so, Senegal finde ich immer sehr. Natürlich, das ist auch sehr radikal, wenn man sagt, eigentlich musst du nichts machen, weil du stirbst irgendwann, aber es holt dich wieder am Boden ab. Also so etwas. Es ist natürlich, die Stoiker sind gerade in einer modernen Gesellschaft, in einer reichen Gesellschaft, wie das die Schweiz ist, oder? Sind das gute Hinweise, wie kann man, von was hängt das Glück ab, oder? Für die Stoiker ist das ganz klar gewesen, das Glück hängt nicht von den materiellen Gütern ab, sondern das Glück hängt davon ab, wenn ich zufrieden bin. Und je weniger das ich will, desto zufriedener bin ich. Das muss man jetzt nicht so sehen. Aber ich glaube, die Stoiker haben gezeigt, wie man auch in einer materiell reichen Welt glücklich sein kann, mit ein wenig weniger. Das ist so! Und auch ein bisschen orientiert, ein bisschen herausfordernd. Aber haben Sie mir noch einen Büchertipp, also einen Roman oder so? Ah Jesus, da bin ich jetzt im Moment gerade ein wenig überfragt. Ich habe irgendwo gelesen, dass Joel Dicker einen neuen Roman geschrieben hat, dass der auf Deutsch herausgekommen ist. Und ich habe sein Roman, das Verschwinden des Harry Kever, ich weiss nicht, ob ich es richtig ausgebrochen habe, aber das habe ich ein ganz tolles Buch gefunden. Und das Neue von Joel Dicker, das würde ich kaufen, also ich werde es kaufen. Das schaue ich. Und es muss, glaube ich, sehr spannend sein. Das nehme ich dir auch sehr zu Kenntnis. Und eben, Herr Pfister, wenn Sie mal irgendwie bei Elementa das Thema Behinderung thematisieren können, ich bin jederzeit an der Hand, würde auch erklären und vielleicht Hilfestellungen geben oder auch einfach an den Kindern vielleicht etwas näher zu bringen. Also das ist Ehrensache, da käme ich auch. Das ist sehr, sehr nett und das nehme ich sehr, sehr gerne auf. Und Sie können sich darauf verlassen, dass Sie mal eine Einladung bekommen an die Elementa. Und was bedeutet Ihnen Venedig? Weil ich habe den Dock gesehen. Ich habe den Dock gesehen über Sie. Und Venedig. Venedig ist einfach für mich die schönste Stadt, die man sich überhaupt vorstellen kann. Man kann durch Venedig laufen. Man muss ja nicht auf diesen Theoristenpfaden laufen. Aber man kann jede Ecke anschauen und es ist überall schön. All zwei Jahre gibt es dort eine tolle Ausstellung, die Biennale Kunstausstellung. Für meine Frau und für mich ist Venedig einfach die Stadt, in der wir uns sehr, sehr wohl fühlen. Und wann schreibt Sie einen Roman? Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Das habe ich jetzt wirklich noch nie. Ich bin an einem Buch geschrieben. Aber ich werde das Buch erst einmal veröffentlichen. Ich bin schon seit zehn Jahren immer noch ein bisschen an einem Buch. Es reicht nicht. Es kommt nicht gut. Und jetzt als Politiker will ich es auch nicht veröffentlichen. Denn dann fragen sich alle, was ist politisch? Genau, was ist politisch und wen meint er da? Aber vielleicht so, wenn ich dann einmal aufhöre mit der Politik, dann fange ich an, das Buch veröffentlichen und dann vielleicht weitere schreiben. Ja, und vielleicht komme ich noch ein Exemplar rüber, das würde mich sehr freuen. Genau, auf das können Sie sich verlassen, dass Sie ein Exemplar rüberkommen würden. Und jetzt so im Wahljahr gibt es auch Ferien. Oder wie entspanne Sie sich, auch ausser dort zu lesen? Ja, also ich entspanne mich wie viele auch, indem ich schon auch Ferien habe. Aber jetzt in einem Wahljahr habe ich tatsächlich keine Ferien. Ich versuche im Sommer mit meiner Frau zwei Wochen in der Schweiz umeinander zu fahren oder zu wandern oder so. Wir bleiben in der Schweiz das Jahr und das muss lange. Aber der Wahlkampf hat natürlich jetzt schon angefangen und das erfordert schon ein wenig viel Arbeit. Und welche Themen sind im Wahlkampf so aufzubrechen? Sie sagen die grüne Welle, aber... Sicher die Umweltfragen, wie gehen wir anständig mit der Umwelt um? Und gleichzeitig schauen wir, dass die Wirtschaft florieren kann. Das ist die grosse Herausforderung, die wir haben. Dann haben wir im Sozialwesen sehr viele Baustellen. Gesundheitskosten sind immer explodiert. Das wird sicher auch ein Thema. Und unser Verhältnis zu Europa. Das sind die drei grossen Themen, die wir im Wahlkampf darüber diskutieren werden. Und wo die CVP gute Lösungen haben. Aber was brennt der Wähler? Also wenn Sie jetzt mit Leuten reden, was brennt? Sorgenthema Nummer eins sind tatsächlich die hohen Kosten im Gesundheitswesen. Das ist eine Prämienbelastung, die hat jetzt... Das plaget im Moment die Leute am meisten. Dann gibt es auch viele Leute, die sich Sorgen machen, ob ihre Rente gesichert ist. Und dann natürlich schon die Frage, wie geht es mit Europa weiter? Wie können wir die Bilaterale weiterentwickeln? Was passiert, wenn wir im Sommer keine gute Lösung haben mit der EU? Das werden dann schon Fragen sein, die im Wahlherbst entscheidend sind. Sind Sie da zuversichtlich? Sind wir nicht zu viel verhalten? Ja, ich bin nicht so zuversichtlich. Ich glaube, die Schweiz muss jetzt auch die Nerven bewahren. Wir dürfen das Rahmenabkommen so nicht unterzeichnen. Es gibt viele Punkte, die für die Schweiz aus meiner Sicht nicht akzeptabel sind. Aber wir müssen uns gewerben sein, dass die EU nicht sehr freundlich auf die Schweiz reagieren wird. Aber ich glaube, das müssen wir halt aushalten. Und ich glaube, wenn wir dann das aushalten, ein, zwei, drei Jahre, dann kommen wir vermutlich zu einem besseren Verhältnis zu Europa. Und das hat ja die Schweiz auch ausgezeichnet? Ja, es hat ja die Schweiz ausgezeichnet, dass sie durchaus ein freies und souveränes Land ist in Europa. Und dass sie auch nicht gerade jeden Vertrag immer zuerst unterzeichnet, sondern auch ein bisschen ihre eigenen Interessen im Vordergrund stellen. Das finde ich richtig. Ähm, wir wären eigentlich schon am Schluss. Und am Schluss gibt es zwei Fragen noch. Warum haben Sie für dieses Interview zugesagt? Ähm, ich sage grundsätzlich für fast jedes Interview zu. Also ich finde, es ist die Aufgabe von einem Parteipräsidenten oder von einem Politiker, sich den Medien oder den Journalisten oder auch die Zeitgenossen zur Verfügung zu stellen, Rede und Antwort zu stellen. Und insofern habe ich nicht sehr schnell zugesagt, wo Ihre Anfrage kam. Und wie haben Sie es jetzt gefunden? Weil Sie haben viele Interviews gegeben. Hochprofessionell. Sie sind besser vorbereitet als viele andere Journalisten. Danke, danke. Sie haben, äh, von daher kann ich Ihnen eigentlich nur viel, äh, viele Follower wünschen, viele Leute, die sich ihre Produkte anschauen. Und, äh, dass Jans Rollen in dieser Welt dann wirklich auch ein Erfolg wird. So richtig ins Rollen kommt. Das hoffe ich auch. Und Herr Pfister, wie jeder Gast, haben Sie noch ein Schlusssegment, wo Sie irgendetwas auf den Weg geben können. Philosophisch. Ich weiss, Politiker erzählen nicht so gerne Witze, aber das dürften Sie auch, wie Sie wollen. Die letzten Minuten gehören Ihnen. Die Zuschauer, ich klinke mich da raus und sage, nein, ist recht herzlich. Dankeschön. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Gelegenheit zum Interview. Im Witze erzählen, äh, spontan, das ist eine ganz schwierige Übung. Das können nur ganz wenige Menschen. Aber ich, äh, danke allen Zuschauer, die dem Interview zugelagt haben. Verfolgen Sie Jans Rollen in der Welt noch ein bisschen weiter, wie sie weiterrollt und wie sie ins Rollen kommt. Und, äh, im Herbst haben wir Wahlen. Die Hauptsache ist, Sie gehen wählen, weil es ist ein Privileg in der Schweiz, dass wir in der direkten Demokratie so viel wählen und abstimmen können. Sollten wir es alle auch nutzen. Und auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.